Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, den Feuerwindkegeln anzunehmen bei Alexstrasza. Im Smaragd gewinnen Traum, an dieser Stelle. Vor Quest war, die Blüte beginnt. So. Und jetzt müssen wir Alexstrasza-Temp treffen. Ich zeige euch, wo sie hingeflattert ist. Ein bisschen beschleunigen. Weltquest interessiert uns nicht. Und gleich sind wir auch schon da. Da bin ich. Quest ist abzugeben bei Alexstrasza. Im Smaragd gewinnen Traum, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.